Wie leise! Wie leise! Wie leise! Hey ho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hals Maul, da beißt noch was, beziehungsweise der ersten Folge meiner neuen Serie One Night Stand. Ihr seht schon, ich bin wieder allein am Wasser und ich habe mir gedacht, damit ihr mehr Videos von uns habt, beziehungsweise in dem Fall von mir, bringe ich eine kleine eigene Reihe raus, da Jonas ja immer nicht so viel Zeit hat, mit mir ans Wasser zu gehen, da das immer nur am Wochenende klappt, weil er ja unter der Woche immer mit Arbeit beschäftigt ist. Da dachte ich mir, wenn ich alleine ans Wasser gehe, was ja häufig mal der Fall ist, drehe ich auch mal ein paar kleine Videos für euch und nehme mal ein paar Sessions auf, bei denen ich nur für eine Nacht mal ans Wasser fahre. Ich bin jetzt heute wieder hier an unserem wunderschönen Kanal und probiere es nochmal auf Karpfen. Allerdings soll die neue Reihe nicht nur den Fokus Karpfenangeln haben, sondern ich werde auch zu ein paar anderen Angelthemen, zum Beispiel Köderfisch angeln oder Fiedern oder sonstiges, da werde ich mir noch ein paar schöne Sachen für euch überlegen, Videos rausbringen. Und ja, heute soll es damit quasi starten. Ich bin wieder am Kanal und will versuchen, euch nochmal ein bisschen näher zu bringen, wie ich persönlich vorgehe, wenn ich nur eine Nacht Zeit habe und wie mein Futter aussieht, meine Futterstrategie, was ich denn für Köder einsetze jetzt hier und was ich euch für Tipps geben kann, wie man insgesamt in einer Nacht an so einem Gewässer vorgeht. Ihr habt schon gesehen, meine Futterstrategie, ich habe an meinen Plätzen, wo meine Köder liegen, relativ viel Futter auf einem Haufen platziert, damit meine Spots direkt attraktiv sind. Dadurch, dass ich jetzt nur eine Nacht Zeit habe, kann ich nicht die Spots über längere Zeit präparieren, sondern ich habe jetzt auch nicht vorgefüttert. Ich bin jetzt wirklich nur zu so einer kleinen Instant Session hier und will nochmal schauen, ob ich hier noch den ein oder anderen Karpfen eventuell für euch überlisten kann. Ich habe mir jetzt hier auch mal einen neuen Spot gewählt. Ich habe meine Routen ein bisschen verteilt. Die eine Route liegt auf der rechten Seite von mir, die andere auf der linken Seite. Ich habe mir jetzt hier Spots gewählt, die in der Nähe von überhängenden Bäumen liegen und habe dort recht punktgenau um meinen Köder herum das Futter platziert. Zu dem Gewässertyp habe ich euch ja schon im letzten Video erzählt, dass wir hier in der Mitte eine recht tiefe Fahrrinne haben von drei, vier Metern im Durchschnitt und zu den Seiten gehen seichtere Zonen in den Flachwasserbereich über, wo wir hier ausgeprägte Seerosen und Krautfelder haben. Ich habe meine Montagen jetzt direkt vor diesen seichten Krautbereichen platziert und hoffe oder ich bin der Meinung, dass die Karpfen hier in dem Kanal an diesen Krautfeldern entlang schwimmen und dort auf Futtersuche gehen. An den Stängeln von den Seerosen können sie sich schmecken und andere Wasserlebewesen abpflücken. Und genau dort habe ich meine Köder platziert. Habe auf der einen Route meinen Popup mit einer Tigernuss drauf und auf der anderen Route meine Partikelkette mit einer Tigernuss, zwei Fake-Körnern und einem normalen Maiskorn. Diese Stellen habe ich mit Futterballen befüttert. Ich habe hier meinen Groundbait-Mix mit meinem Partikelmix, wieder Standard aus Mais, Weizen und Hanf bestehend befüttert. Ich habe große Ballen draus gemacht, die sich hier auch gut bis ans andere Ufer werfen lassen. Andererseits kann man natürlich auch Futterraketen oder Futterboote verwenden oder mit PVA-Säcken arbeiten, aber das ist mir persönlich ein bisschen zu hoher Aufwand. Meine Stelle hier ist vielleicht ein bisschen seltsam gewählt, denn ich sitze hier wirklich direkt neben dem Weg. Deshalb kommen hier auch immer öfter mal Leute vorbei, was die ganze Filmerei ein bisschen schwierig macht und mein Camp, sage ich jetzt mal, hier auch ein bisschen spärlich aussehen lässt, weil ich das mit meiner Plane hier nicht so wirklich hinbekomme. Aber ich vertraue jetzt heute mal dem Wetterbericht, der wirklich sagt 0% Regenwahrscheinlichkeit. Werden wir sehen. Eigentlich traue ich den Wetterbericht immer nicht so. Mal sehen, was die Nacht bringt. Genau. Aber ansonsten werde ich es mir jetzt erstmal ein bisschen gemütlich machen und ich werde mich nachher nochmal melden, sollte denn ein Fisch kommen. So. 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 Leute, es hat wieder geklappt. Da ist der gute Boot. Es hat wieder geklappt, auch bei einer Instant Session. Schönes Tier. So, und gebissen hat der gute übrigens auf das schöne Pop-up-Rig mit der Tigernuss. Na gut, dann lassen wir den Kollegen mal wieder schwimmen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. So Leute, hat sich doch tatsächlich nochmal eine schöne Brasse an unsere Partikelkette verirrt. Ist zwar nicht der Zierfisch, aber schmeckt trotzdem gut. Liegt man mal noch schnell und dann versorge ich den kleinen Kerl hier. Genau, dürfte nicht so viel haben. So Leute, die Session neigt sich dem Ende. Ich werde jetzt gleich anfangen abzubauen, denn ich habe heute noch ein bisschen was vor. Und naja, jetzt langsam tut sich nichts mehr, aber ihr habt gesehen, die Session war erfolgreich. Also der eine Karpfen auf den Pop-Up von 14 Pfund und der eine Brassen von 2 Pfund nochmal auf die Partikelkette. Also an sich ein ganz positives Fazit hier. Fängt man nicht immer. Und genau, von daher würde ich sagen, war ganz erfolgreich. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal zu einer Folge One Night Stand kommen werde, aber mal schauen. Wir werden auch zwischendurch dann nochmal sicher das ein oder andere Video gemeinsam rausbringen. Und ich werde mir für das nächste Mal wieder was Schönes für euch überlegen. Und von daher, schaltet einfach wieder ein. Schaut auch auf der Facebook-Seite vorbei. Da seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Und genau, ich werde mir die Fische dann auf jeden Fall schmecken lassen. Da gibt es morgen lecker Fischbuletten. Ja, den einen Karpfen habe ich wieder zurückgesetzt, weil ich gerade noch ein bisschen viel Karpfen im Eis liegen habe. Also, das muss erst mal aufgebraucht werden, bevor ich hier wieder einen Fisch entnehme. Das ist halt immer eine Frage, was man gebrauchen kann wirklich. Nicht, dass dann am Ende die Hälfte wegfliegt. Deshalb entnehme ich immer nur so viele Fische, wie ich auch wirklich gerade brauche. Also Leute, ich werde es dann packen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Hey, ho Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hals im Mauer. Oder weißt noch was? Beziehungsweise, ach, kackt, ich fange nochmal an. Och, das kann doch nicht so schwer sein. Oh, leck mich. Meine Fische. Denke ich mir für euch ein paar schöne Sachen aus. Okay, so gerade ist das gar nicht mal. Gleich zu den Lacken, die wir bereiten. Liegen. Och, leck mich. Lass du dich denn nicht drehen, du Fotze. Och, Mensch, lass doch mal das Licht so. Och, das wird doch hier nichts mehr. Aber es wird doch hierVoice. Oh, das wird doch hierMartin Unternehmen raus. Untertitelung des ZDF, 2020